. 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 und die dann wegblasen. Und jetzt erst den Rost aufsetzen. Das Fleisch nie anstechen, sondern mit den Zangen kehren. Und natürlich immer erst nach dem Grillieren salzen. So haben Sie immer feine, saftige Grilladen, die auch gesundheitlich gut sind. Und jetzt kann man einen guten wünschen, denn es ist alles da, was Sie für einen abwechslungsreiche und leichte Sommernacht nötig haben. Bekannte Markenspezialitäten in einer grossen Auswahl zu den günstigen Kotpreisen. Zum Beispiel das herzhafte, knusprige Vasa-Kneckenbrot. Da drin steckt die Kraft vom vollen Roggenkorn. Die feinen Formagini vom Bär können Sie nach dem eigenen Geschmack würzen mit Pfeffer oder was Sie wollen. Das ist das urcheige Alpenbrot mit dem körnigen, aromatischen Geschmack Ovenfrisch von der Gobe-Bäckermeister. Frischsalat an einer würzigen, Delikatesse-Sauce mit Joghurt. Das sind die feinen Tretter-Salate von Hirtz. Dazu die knusprig-frischen Zweifelchips aus Schweizer Herdöpfel mit der frischen Garantie. Und für den grossen Durst das Walserwasser. Ein stahlklars Mineralwasser mit wenig Kohle-Säure. Sie sehen, bei Gobe gibt es alles für ein zufriedenes Sommersnacht. Haben Sie gleich miteinander. Der Rucksack gibt es bei Gobe jetzt für nur 27 Franken. Und bis am nächsten Dienstag ein Liter Dorina-Sonnenblumenöl statt 5,35 nur 4,75. Zwei Dosen Sweet Corn von Midi für nur 1,90. Magerspeck, geräuchert und mild gesalzen. Vakuum verpackt in Portionen zu 250 bis 300 Gramm. Das Kilo nur 7,50. Und nur morgen, über morgen und am Samstag ein Financier Cake von Gobe für nur 2,40 Franken. Und als aktueller Preisschlager 6 Rollen Toilettenpapier Hackle Superflausch für nur 4 Franken. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen!